Wir von Köster & Co. wissen, besonders beim Anlagenbau und bei der Feinblechbearbeitung kommt es auf jeden Millimeter und jede Millisekunde an. Was unsere Inverter besonders auszeichnet? Höchste Leistung bei höchster Präzision. Die Schweißzeit lässt sich in Schritten von einer Millisekunde vorwählen. Damit wird die Schweißenergie genauestens dosiert und ein geringer Einbrand sichergestellt, trotz hohen Stroms. Abweichungen vom Sollzustand meldet das Gerät in Selbstdiagnose mit einer roten Kontrollleuchte und zusätzlich im Klartext auf dem Display. Alle Funktionen steuern Sie über einen robusten Drehknopf mit Hubtaster, einhändig. Je nach Inverter-Maschinentyp haben Sie einen Anwendungsbereich für Bolzen von 2 bis 19 Millimeter Durchmesser. Und die perfekt abgestimmten Pistolen aus der Classic-Serie machen Inverterschweißen zum Kinderspiel. Spitzentechnologie made in Germany. Natürlich mit zwei Jahren Garantie. Und selbstverständlich nur mit Bestnoten. Inverter. Innovativ, kompakt, zertifiziert. Wir nehmen's eben ganz genau. Die Inverter-Serie von Köster & Co. Weil wir wissen, wie Bolzen schweißen geht. Informieren Sie sich jetzt unter www.köko.net